Wir befinden uns auf der ULC. Jetzt seit 220 Tagen ohne Umfang. Guten Tag meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal mit Doom geht's heute weiter. Und hier ist schon Höllenlärm im Hintergrund, der mich mal gar nicht ablenkt. Sehr gut. Was auch immer da gefördert wird. Gut, wir zocken weiter. Wir sind jetzt beim zweiten... Ich bin ganz leicht abzulenken, merke ich gerade. Beim zweiten Video und legen hier jetzt mal ordentlich los. Ich glaube von hier sind wir letztes Mal gekommen. Wieso sind meine Knarren nicht voll? Das geht ja gar nicht. So, hier waren wir letztes Mal... Ist das irgendwas spannendes? Wahrscheinlich auch bloß Munition. So, was haben wir denn hier? Irgendwas ist hier gelandet. Mhm. Ja, geil. Ist den Tag wohl nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Aber wir wollen nochmal gucken. Ob wir wieder ein paar Spaßvögel auf mich warten. Ja, es ist doch... Wow. Wieder meine kleine Mini-Sniper. Wow. Ups. Was ist denn da mit euch los da? Ups. Boink. So. Wow. Alter. Bats. Jawohl. Hat sich das auch erledigt. Bats. Oh, schon wieder? Ja. Na, sehr gut. Boah, erhält da, was das hier für Geräusche sind. Hm. Was gibt's denn hier so Spannendes zu entdecken? Müssen wir da lang? Ich fürchte, ne? Das heißt... Wap. Wap. Uh, er ist ja ungünstig für euch. Pats. Pats. Boah, yeah. Ah, komm her. Komm her. Wo ist er denn? Da oben. Die Waffe ist so spaßig. Ach, da kommst du. Wow. Was? Äh. Wo offensichtlich lieber den Schnürsenkel gestolpert. Ist aber ungünstig, sowas. Wow. Waffenmods. Geil. Waffenmods. Mhm. Hm. Verkürzt die Erholungszeit der Persona, aufgeladene Energieschuss. Bewege dich mit voller Geschwindigkeit bei Nutzung von aufgeladene Energieschuss. Erhöre die maximale Energie. Hm. Kaufen. Ja. Gucken wir mal. Wupp. Ah, sehr gut. Das geht fix. Und jetzt. Hätte ich hier gehen lang gehen sollen, vermute ich mal. Wo? Wo bin ich? Wo bin ich? Na toll. Voll abgestürzt hier. Ach so, jetzt bin ich ja hier. Ach, alles klar. Da, wo ich... Wo? Wo? Ja. Was? Ja. 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 fragen. Was? Hahaha. Wow. Alter. Ich strecke mich doch nicht so. Was? Au. Wichser, ey. Gibt's da gar nicht. So. Noch irgendwer bedarf? Mann, ach. Was? Wolltet er irgendwas? Man weiß es nicht. Yeah. Munition, sehr gut. Wo geht's weiter? Wo? Wo war... Wo bist du denn? Ja. Okay, also erst beim Speicherpunkt kann ich mir sicher sein, dass nirgendwo mehr Gegner sind. Ist ja was ganz Neues, Möter. So. Ist ja alles ziemlich nett hier. Schöner Empfang. Fühlt man sich gleich wie zu Hause. Was haben die denn? Mich würde aber schon mal interessieren. Das ist ja okay. Kann man so natürlich machen. Dann kommt der Spieler nicht in die Bedulie, bloß woanders lang zu laufen. So. Klopf, klopf. Knock, knock. So, sehr gut. Aufhör. Kann man nicht. Oh, Hebel, drücken. Befindet den Ausgang. Willkommen bei der UFC. Jetzt seit 221 Tagen ohne Unfall. Ne. Ja. Erinnert mich ein bisschen an den Vorspann von den Simpsons. Was? Traumvorstellung. Absolute Traumvorstellung. Ah. Nicht verfügbar. Kampf nicht verfügbar. Okay. Befreit aus deinem Gefängnis im Kampf mit dem Bösen, so beginnt der Kreislauf erneut. Um die Quellen der dämonischen Invasion zu finden, musst du zunächst den Kommunikationssatelliten in der Ressourcen-Operationszentrale neu ausrichten. Hm. Dann tun wir das. Ich denke mal, da, wo der große rote Kreis ist, müssen wir hin. Für den Fall, dass das missverständlich. Ich kenne dein Feind. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss sie ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Werden zu Beginn eine ermittelt. Schließt du sie ab, erhältst du Waffenpunkte. Im Reiter Mission, Dossier, Vortritt, Blah. Ach so, mhm. Die Elitengruppe von Sicherheitsleuten ohne so eine verantwortlich ist. Mhm. So. Prätorenanzug. Missionen. Zwei für eins. Töte zwei Besessene mit einer Abzugsbestätigung der Schrotflinte. Ah ja. Führe fünf verschiedene Glory Kids bei Besessenen aus. Finde drei versteckte Extras. Ach, und dann ist hier Erkundung, Felddrohne, Elitewachen, Argentzellen. Na dann. Geht's jetzt wo los? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Eins. Zwei. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Yeah. Das macht so'n Fun. Wo wollte der denn hin? So. Energieniedrig. Ich vermute doch mal fast. Da muss ich nachher wieder hin, ne? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Boah. Ja, geil. Ah, oh. Komm her, du. Komm her, du. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Bats. Boah, dieses permanente... Diese permanente Geräuschkulisse. Ah. Ah. Hauptenergie. Oh nein. Schön. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles... ...wahl. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das... ...jetzt. Da ist sie die allererste, die das glaubt. Und es waren bisher auch alle erfolgreich. In dem Glauben. Automap gespeichert. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Mhm. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Ja. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles... ...wahl. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Und das jetzt. Oh. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Halt es. Ich möchte das nicht weiterhören. Oh. Ehe. Wir versuchen mal die Herausforderung zu schaffen. meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Komm, 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 komm. Ja, geil. Ja. Hiha. Was? Äh, so, was ist denn jetzt hier das für eine Scheiße, verdammt nochmal? Das ist die alte Kuh mir jetzt hier die ganze Zeit reinquasselt, ey. Das ist schon wieder geil. Das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Mal gucken, vielleicht halten wir es ja aus bis zum nächsten. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Hm. Der wollte nicht mehr? Ich glaube an Ehrlichkeit. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ah, siehst du? Und schon hält sie die Fresse. Sehr gut. Speicherpunkt. So, mich würde aber trotzdem mal interessieren. Ich habe das Gefühl. Oh, leck mich doch fett. Das liegt hier an der... Spatz. Oh, ich liebe diese Knarre. Das ist gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Wow. Boah. Boah. Lecko mio. Schon wieder wenig Munition. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist schön. So, die, äh, oder das Doom, das, der, die, das Doom, hat sich gerade selbst in den Abgrund der Hölle gestürzt und hat gerade richtig, oder richtig fetten Absturz gehabt. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder safe sind. Guckt euch das an, was die aushalten, ey. Wahnsinn. Yeah. Bats. Wah. Yeah, come here. Knack. Yeah. Ooh, yeah. Yeah. Oh, wow! Fuck! Oh ja. Bats. Alter, die Geräusche. Bam. Und. Wow. Die sind kopflos. Uh ja. Nicht schlecht, mein lieber Scholli. Ist ein bisschen was los hier in der Anstalt. Aha. Was ist mit ihm hier? Hm. Ist schon wieder irgendwie einer am... ...am rum ekeln. Hallo. Is it me you're looking for? Geil. Äh. Ist ein Nahkampfwaffe. Durchdrücken von G. Äh. Verbraucht Treibstoff. Je größer der Dämon, desto mehr Treibstoff nötig. Tötest du einen Dämon mit der Kettensäge, hinterlässt er zusätzliche Munition. Je-ha. Uh, Leute, das wird lustig. U.S.C. Die Welt zählt auf uns. Wir haben ja schon zu ziehen. Okay, sekundär. Na dann. Uh. Wie viele überziehen sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr zieht sich die festen Erdachung. Wollen scheinen nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden als sie sich je erträumt haben? Fragen Sie die Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenherde in Frage kommen. Boah. Alter. Wow. Boah. Fiese Geschichte. Boah. Boah. Wow. Boah. Alter. Ui, 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 ui. Untertitelung des ZDF, 2020